Mein Name ist Schumantrösch. Ich bin 23 Jahre jung. Ich wohne in Erfurt, geboren aber in Sangerhausen. Seit meinem 11. Lebensjahr und war davor aber auch schon sportlich aktiv und bin da schon Triathlon gefahren und habe da schon Bezug zum Radfahren. Ich würde mich als Allrounder bezeichnen, aber wenn das Rennen relativ anspruchsvoll ist und ein dezimiertes Hauptfeld oder eine kleinere Gruppe ankommt und ich befinde mich darin, dann bin ich auf jeden Fall sprintstark. In der letzten Saison in meinen ersten UCI-Sieg in Polen eingefahren und ich habe unter anderem ein Bundesliga-Rennen gewonnen und bin Zweiter in der Gesamtwertung der Rad-Bundesliga geworden. Also letztes Jahr war ich Ergebnisfahrer und hatte teilweise auch einfach die Verantwortung im Rennen. Ich denke, dass sich das dieses Jahr nicht großartig ändern wird, aber ich hoffe auch, dass unsere jungen Talente sich weiterentwickeln werden und dass ich auch was zurückgeben kann, was sie letztes Jahr für mich gemacht haben. Ja, ich bin ganz schön durchgeknallt. Ich bin ganz schön durchgeknallt. Ich bin ganz schön durchgeknallt.